Hallo meine Lieben, wer meinen Kanal jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass ich mal irgendwann angefangen hatte, euch vegane Produkte vorzustellen, die ich ausgetestet habe, aufgegessen habe und euch dann halt zu sagen, wie ich die fand. Und dabei geht es wirklich nur darum, dass die Produkte erstmal vegan sind und nicht zweitrangig nur darum, ob sie gesund sind oder oder. Vor allem bei gesunden Sachen, da streiten sich die Geister extremst. Und deswegen wollte ich euch einfach in dieser Serie immer vegane Produkte vorstellen, damit ihr einfach mal so einen Überblick habt, hey, was gibt es denn da so alles. Und dann könnt ihr für euch selber entscheiden, ob ihr das kaufen wollt und ob euch das gesund genug ist oder nicht. Ja, und der letzte Teil, Teil 3, ist jetzt schon ganz schön lange her. Ich verlinke euch mal den letzten Teil hier. Und es haben sich mittlerweile doch wieder ein paar Sachen angesammelt. Ich habe halt nicht immer daran gedacht, irgendwie neue Sachen zu fotografieren oder so, aber bei ein paar Sachen habe ich daran gedacht. Und ja, die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Es fängt an mit der Bon Vita Reismilch Schokolade bzw. Chocolate Couverture. Das war eine ganze Weile wirklich so meine liebste vegane Schokolade. Und das Jodachin möchte auch nochmal Hallo sagen. Jodachin hat übrigens heute Geburtstag und wird drei Jahre alt. Ja, und diese Reismilch Schokolade, die gibt es in mehreren Sorten. Also es gibt sie einfach nur pur als Schokolade. Es gibt sie eben wie hier mit Nüssen und Rosinen. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Sorten. Und ich fand die eigentlich immer sehr lecker. Und eine gute Alternative, weil eben auch kein Soja drin ist. Und ich finde die auch lecker als diese Dairy-Free Schokolade. Die habe ich euch, glaube ich, schon mal in einem Teil vorgestellt. Sie ist, ja, so typisch vegane Schokolade nicht besonders günstig mit, ich glaube, 2,99 Euro auf 100 Gramm. Aber bei mir geht es so, dass ich bei veganer Schokolade eben auch immer viel weniger esse. Also wenn ich früher irgendwie mal Milka gekauft habe oder so, dann habe ich da wirklich eine halbe Tafel oder eine ganze Tafel gegessen. Und wenn ich mir jetzt so eine 100 Gramm Tafel mal hole, dann esse ich entweder nur ein Stück oder einen Streifen, aber nie irgendwie eine halbe oder ganze Packung. Aber ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und mittlerweile esse ich aber gerade immer Vivani-Schokolade, weil ich da ja mir eine große Packung über den Schoko-Outlet bestellt habe und jetzt auch nochmal weiße Nougat-Schokolade davon zugeschickt bekommen habe, welche aber auch lecker ist. Ich wusste die ganze Zeit nicht, diese normale Schokolade, diese normale Reißen-Schokolade, die ich da mitbestellt habe, wovon die ist. Weil bei dem Schoko-Outlet wird nicht erwähnt, von welchem Hersteller. Aber es ist wohl die von Rapunzel. Und ich muss sagen, die finde ich auch wirklich lecker. Und die kommt auf normale Vollmilch-Schokolade wirklich sehr nahfindig und ist auch angenehm zart schmelzend. Weiter geht es mit, was haben wir denn hier? Händelmeier süßer Bio-Sens. Ich bin ja so ein Soßen-Fan. Und wenn ich dann irgendwie mal Pommes esse oder irgendwie mal Tofu-Bratwürste oder irgend so was, wo man halt so Soßen zu isst, dann bin ich auch ein echt totaler Fan von süßem Senf. Und ja, dieser von Händelmeier, der ist auf jeden Fall vegan. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderem süßen Senf ist, aber ich esse halt immer die Sorte Händelmeier. Ich finde den total lecker. Und ja, also wenn ihr das da noch nicht drauf kam, mal süßen Senf auszuprobieren, dann solltet ihr es auf jeden Fall mal machen. Ebenfalls vegan, natürlich nicht gesund, sind Bake Rolls. Ich habe jetzt hier mal die von Seven Days. Das ist so eine günstigere Marke. Ich weiß gar nicht, von was sind da die normalen Bake Rolls. Also normal. Aber diese Seven Days, die gibt es bei Real... Nee, beim Real gibt es die nicht, beim Globus zum Beispiel. Globus Kaufland. Ja, und die sind deutlich günstiger als die teureren Bake Rolls. Und von der Zutatenliste sind die meisten auch vegan. Also die Barbecue ist das zum Beispiel. Bacon wäre es halt jetzt nicht, aber da würde man, glaube ich, auch nicht drauf kommen, die dann zu kaufen als vegan. Glaube ich. Aber halt natürlich nicht gesund. Da ist viel Fett und so drin. Ja, aber zum Knabbern mal abends, wenn man einen Film guckt oder so, finde ich die sehr lecker. Ja, ebenfalls eine vegane Soße ist die Heinz Barbecue Soße. Und Barbecue Soße liebe ich einfach schon immer. Da muss man halt nur schauen, viele Barbecue Soßen sind mit Worcester oder Wuschter oder wie man auch immer sie ausspricht Soße. Und die ist halt nicht vegan, weil da Fisch drin verwertet wird. Aber die Heinz Barbecue Soße ist ohne diese Wuschter, Worcester, was auch immer Soße und ist vegan. Yay! Ja, natürlich auch vegan sind Reiswaffeln. Und ich muss sagen, es gibt ja Menschen, die essen Reiswaffeln so gerne und knuspern die und so weit. Ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Also ich kann mich damit auch nicht anfreunden, auch nicht, wenn ich mir da Marmelade oder irgendwas drauf schmiere. Aber ich finde die einfach so trocken, bappig und nee. Also ich habe es oft versucht. Ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Aber Reiswaffeln sind halt richtig, richtig super, um sich veganes Zwiebelmatt herzustellen. Das verlinke ich euch auch mal hier. Und ich könnte mich da echt reinlegen. Und auch der Dennis ist ein Riesenfan von meinem Zwiebelmatt. Auch meine Mutter. Die mögen beide normalerweise gar kein Zwiebelmatt. Aber in der veganen Variante finden sie es auch beide super lecker. Ja, und Alternativen zu normalem Haushaltssalz gibt es mittlerweile auch immer mehr auf dem Markt. Es gibt zum Beispiel im Rewe so ein Himalaya-Steinsalz, so ein schön rosanes. Und was ich im Moment total gerne benutze, ist dieses ayurvedische Zaubersalz von Sonnentor. Und es ist auch gar nicht teuer. Ich glaube, das kostet 2 Euro auf, was ist das für eine Packung, 50, 100 Gramm, 100 Gramm glaube ich. Ja, und Salz hält sich ja eine Weile. Also das sollte man jetzt auch nicht in Massen benutzen. Und ja, ich finde es doch besser als so ganz normales Salz. Auch geschmacklich und vom Würzen her. Wo ihr aber mal drauf gucken könnt, da gibt es auch mittlerweile halt diese lustigen Bildchen im Internet zu. Wenn da so 5000 oder 5 Millionen Jahre altes Salz verkauft wird, ja, und dann da so ein Ablaufdatum drauf gedruckt wird. Das ist eigentlich ganz lustig. So, ja. Was haben wir noch? Ja, auch nicht gesund, aber mega lecker ist von Böhme diese Cremeschokolade, finde ich. Also da streiten sich auch die Geschmäcker. Manche finden die total ekelhaft und meinen, die schmeckt nach Spüli oder so. Ich finde sie total lecker. Ich habe sie aber auch als Kind schon geliebt. Die gibt es auch in ganz vielen Sorten mittlerweile. Also ihr seht hier jetzt Zitrone und Pfefferminz. Die gibt es auch noch mit Orange, so standardmäßig. Und dann gibt es auch noch Sommersorten. Ich glaube mit Maracuja, Ananas und so weiter. Die Sommersorten kenne ich nicht, aber ich kenne Zitrone, Pfefferminz und Orange. Und ich muss sagen, dass die mir wirklich alle 3 total gut schmecken. Sie schmecken absolut chemisch. Ja, wirklich. Besteht ja auch aus Chemie. Aber ich muss sagen, ich finde sie lecker und ab und zu gönne ich mir die dann auch mal. Also so alle paar Wochen kaufe ich mir mal so eine Tafel. Und ich weiß nicht, die kosten... Lasst mich lügen, so 55, 60 Cent, glaube ich, oder so. Ja, bin mir gerade nicht sicher. Ja, dann habe ich mal ausprobiert Kresoi Soja, aufschlagbare Sojasahne. Ähm, ich wollte nämlich einen Kuchen machen. Ich wollte einmal, wollte ich das... Doch, ich wollte es zum Kuchen machen. Einmal als Sahne zum Kuchen und einmal wollte ich aber auch einen Kuchen mit Sahne halt machen. Ich glaube, ich bin aber einfach zu blöd für diese Sahne. Ich bekomme es nicht hin, sie wirklich aufzuschlagen. Beim ersten Mal hatte ich ein Päckchen Sahne steif drin. Beim zweiten Mal hatte ich zwei Päckchen Sahne steif drin. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, sogar drei oder vier Päckchen Sahne steif drin gehabt. Was aber auch nicht der Sinn sein soll. Und ich habe die immer richtig schön gekühlt. Ich habe auch das Gefäß gekühlt, wo ich das dann drin geschlagen habe. Aber es hat nichts geholfen. Es blieb eine ziemlich flüssige Angelegenheit. Geschmacklich ist es ganz interessant. Es ist ein bisschen nussig, aber dann doch schon auch Sahne ähnlich. Aber ja, weiß nicht. Wenn es eh flüssig bleibt, dann kann man sich da auch andere Methoden oder andere Dinge für überlegen. Mich hat es jetzt nicht überzeugt. Ich weiß aber von anderen Leuten, dass sie es geschafft haben, es aufzuschlagen. Vielleicht, wenn du es geschafft hast, ist diese Sahne aufzuschlagen, dann schreib doch bitte mal in die Kommentare, wie genau du das gemacht hast. Dankeschön. Ja, dann habe ich hier eine leere Packung fotografiert, weil ich nicht daran gedacht habe, es vorher zu fotografieren. Und zwar ist es von Albert, das Lupin geschnetzelt ist. Das gibt es auch als Lupin-Filet. Und ich hatte mir das mal geholt, als es gerade im Angebot war. Weil der kostet eine Packung 2,95 Euro oder so. Und dann gab es das mal im Angebot für 2 Euro und ein bisschen was. Und denen haben ganz viele Leute geschrieben, dass es ja total toll und lecker wäre. Und dann habe ich mir das gekauft. Und da hatte ich dann erst mal das Filet ausprobiert. Und ich finde, das ist bei Lupin, genau wie bei Tofu und so, auf die Zubereitung kommt es an. Ich habe mir am Anfang nur dieses Filet, diese Filetstücke in die Pfanne geschmissen, von beiden Seiten angebraten, auf den Teller gegessen. Ja, also fand ich gar nicht toll. Aber dann habe ich für mich herausgefunden, wenn ich dann die Schnetzel nehme oder wenn ich das Filet wie in Gyros-Streifen schneide und das richtig schön würze, entweder mit Gyros-Gewürz, mit Hähnchen-Gewürz, irgend so was, also irgendeine Gewürzmischung. Und dann richtig schön scharf anbrate. Dann gibt es wirklich ein ganz tolles Gyros. Und auch ein Gyros, was sowohl Weizengluten-frei ist, als auch Soja-frei ist. Lupina ist eine Pflanze. Und ja, also wenn ich jetzt mal in so einem Biomarkt bin, dann nehme ich mir auch mal so eine Packung ab und zu mit und esse dann halt meinen Gyros und mache mir dazu Tzatziki. Ebenfalls vegan, wieder mal etwas zum Naschen, sind die Rewe-Kokosflocken in Zerbitterschokolade. Ja, da ist kein Süßmolkenpulver, kein Vollmilch, sonst irgendwas drinne. Sie sind vegan und sie sind äußerst lecker, finde ich. Ich bin ja eigentlich nicht so ein riesiger Kokos-Fan, aber ab und zu mag ich das dann doch ganz gerne und ich finde es schön an diesen Kokosflocken, dass sie sehr, ja, schön so saftig sind. Aber wenn ich dann mal so eine Packung gegessen habe, dann reicht mir das auch wieder für die nächsten Monate. Und es ist halt wie auch vorhin bei den Schokoladen leider so, dass halt keine Bio-Schokolade verwendet wird und ich vertrage tatsächlich irgendwie nur Bio-Schokolade, also zumindest meine Haut. Oder ich merke das sofort, wenn der Kakao gespritzt ist und alles. Also ich habe jetzt seit zwei Wochen oder so wirklich, wenn ich mal Schokolade gegessen habe, nur Bio-Schokolade gegessen, wenig gespritzt. Und ja, man sieht es, also meine Haut ist super gut geworden. Ich habe eigentlich gar keinen richtigen Pickel mehr, nur noch so ein bisschen so die Spuren der letzten Pickel. Also das merke ich dann richtig extrem. Ja, was es noch im Rewe zu kaufen gibt, ist dieses Soja-Eis. Da ist jetzt leider der Aufkleber auf der Marke. Das ist Bruno Gelato oder so. Und das gibt es als Vanille-Eis. Das sind so kleine Pötte, 100ml in einem Dreier- oder Vierer-Pack, in einem Dreier-Pack. Richtig teuer für 3,99 Euro. Ich hatte da das Glück, da seht ihr ja dieses Etikett 59 Cent drauf. Da hat wahrscheinlich irgendwer die Packungen aufgerissen oder die Packungen sind kaputt gegangen, die Umverpackungen. Und dann haben die eben diese 100ml Döschen einzeln verkauft und dann eben für nur 60 Cent. Es ist nicht so cremig wie normales Speisevanille-Eis, sondern es ist eher, es erinnert eher ein bisschen an Fruchteis von der Konsistenz. Ist an sich aber sehr lecker. Ich finde es nur halt total überteuert, wenn man es in der Packung kauft. Aber ich vertrage es nicht gut. Also ich bin ja auch so, dass ich jetzt nicht jeden Tag Soja und so weiter esse. Ich bin aber auch niemand, der Soja komplett verteufelt. Und ich vertrage an sich Soja gut. Aber bei diesem Eis, also es gibt so einzelne Produkte, wo ich Soja nicht vertrage und dieses Eis gehört definitiv dazu. Genauso wie so ein Eis, da habe ich jetzt leider kein Foto von, das gibt es in Edeka und es sieht aus wie so Magnum-Eis, wie so einfach am Stiel mit Schoko-Hülle und das vertrage ich auch überhaupt nicht. Ist auch Soja-Eis. Ja, dann ein Produkt, was ich getestet habe, das ist ganz lustig, also das sind diese Wheatty Vegan Slices Salami und Salami habe ich wirklich geliebt, als ich noch Fleischesser war und dann dachte ich mir, naja, probier's es einfach mal. Es gibt ja teilweise, gibt es wirklich gute Ersatzprodukte und diese Salami, also ich hasse es, Sachen wegzuschmeißen, aber diese Salami musste ich wegschmeißen. Ich fand es einfach ungenießbar. Von der Konsistenz war es wie Pappe, richtig zäh und auch vom Geschmack fand ich es echt unter aller Sau und habe mir dann überlegt, okay, wer kauft sowas? Habe dann aber bei anderen Menschen, ich gucke mir auch ab und zu so Aufgemonft-Videos und so an und habe dann bei anderen Menschen gesehen, es gibt tatsächlich Leute, die mögen diese Salami. Ja, und deswegen, also probiert es einfach für euch aus. Also ich finde es ganz schrecklich, aber es gibt Leute, die finden die auch ganz toll. Aber stellt euch bitte darauf ein, dass das hier wirklich nicht nach Salami schmeckt und auch von der Konsistenz keine typische Salami ist, sondern das einfach ein neues Produkt ist. Aber ich, nee, ging bei mir gar nicht. Hier auch mal Non-Food und zwar ist das eine Seife, eine Sandelholzseife. Die ist jetzt von SodaSan Cosmetics. Es gibt die aber auch noch von verschiedenen anderen Firmen. Und zwar kriegt ihr diese Seifen in eigentlich jedem gut sortierten Biomarkt, zum Beispiel in Denzläden und auch in ganz vielen verschiedenen Duftnoten. Sandelholz ist aber mein persönlicher Favorit, wobei Zimt auch ganz toll ist. Ihr müsst aber mal draufschauen auf die Zutaten. Also nicht jede dieser Seifen ist vegan. Bei dieser ist es zum Beispiel so, sie ist vegan. Ich weiß leider nicht, wie meine Marke heißt. Ich habe die Seife halt schon ewig, weil die halten wirklich ewig. Die war auch vegan. Und ich benutze diese Seifen riesig gerne, um meine Haare zu waschen. Also ich benutze, seitdem ich Dreads habe, kein normales Shampoo mehr und habe da jetzt wirklich sehr viele Sachen ausprobiert, auch teilweise Lush-Produkte ausprobiert und sowas. Und für meine Kopfhaut und meine Haare sind diese ganz schlichten Seifen wirklich das Beste. Also die tun meiner Kopfhaut gut, die waschen richtig schön sauber und die duften auch total lecker danach. Und ja, bei normalen Haaren muss man auch nicht diese ganzen Shampoos und Conditioner und so nehmen. Da hat, glaube ich, die Coconut hat, glaube ich, schon ein paar Sachen ausprobiert. Auf jeden Fall ein Vorreiter für mich ist da auch die Pseudo-Erbse, die ganz, ganz viele Sachen schon ausprobiert hat, auch auf ihrem Blog berichtet. Sie hat halt lange Haare und wäscht die mittlerweile auch nicht mehr mit Shampoo und Conditioner. Also wenn ihr dann von diesem ganzen Chemiezeug weggeht, dann wird sich eure Kopfhaut echt total umstellen. Es könnte auch erstmal so eine Heilkrise geben, dass ihr vielleicht erstmal vielleicht Schuppen oder Juckreiz und alles bekommt. Aber wenn sich die Kopfhaut umgestellt hat, dann kann die plötzlich frei atmen und wird nicht mehr in diese ganze Chemie zugehauen. Und damit schont ihr euren Geldbeutel, ihr schont die Umwelt und ihr tut eurem Haaren und euer Kopfhaut echt auf lange Sicht echt was Gutes. Ja, hier genau ein Bild von der Vivani-Schokolade, von der ich vorhin kurz erzählt habe. Und neben der weißen Mougat Crisp, die ist total göttlich, aber da kann ich echt dann noch nicht mehr als zwei Stücke essen. Die ist richtig schwer. Neben der ist diese Mandelorange meine absolute Lieblingssorte. Also da die ist total göttlich und auch so ein... Also ich mag ja keine Zeitbitterschokolade, ich mag es aber schon, wenn Schokolade so ein bisschen herber ist und das ist halt diese Mandelorange-Schokolade oder Sorte. Mal gucken, was ich dann hier noch so habe. Ah, ja, Allnatura Hafertrink Chai habe ich mal ausprobiert. Ich liebe Chai-Tee in auch verschiedenen Kräuterkomponenten und Mischungen und dachte mir dann so, okay, Allnatura Hafertrink und Chai zusammen könnte eine coole Mischung sein. Ja, also für mich nicht. Da würde es mich auch mal interessieren, gibt es vielleicht Leute unter euch, denen der schmeckt? Weil ich finde den wirklich ganz gruselig. Ich habe den auch, also pur gegen geht der gar nicht. Ich habe dann auch versucht, ihn mal in Chai-Tee als Milchbestandteil reinzumachen oder einen Kaffee oder so und nee, ich habe ihn mit Mühe und Not irgendwie leer getrunken, habe mir ganz viele Bananen und Doppeln mit reingemacht und dann zu einem Smooth oder Shake. Aber nochmal würde ich den nicht kaufen. Dann finde ich es ganz toll, dass es von Jogi-Tee auch lose Sorten gibt, weil an losen Sorten ist einfach der Vorteil, dass man natürlich ja Müll spart. Wenn man viel Tee trinkt und dann immer wieder einen Teebeutel hat, dann summiert sich das dann doch ganz schön. Und ja, da habe ich diesen Schoko-Chai mal zugeschickt bekommen und das ist auch tatsächlich eine meiner liebsten Jogi-Tee-Sorten und ich finde den ganz toll. Das Einzige, was ich da schade finde, ist, dass die losen Teesorten milder sind vom Geschmack als die Beutelteesorten und deswegen brauche ich von diesem Schoko-Chai oder von dem losen Tee doch immer ein bisschen mehr, als hinten drauf steht. Aber ich finde den total lecker. Ich konnte mir das früher nicht vorstellen, so Schokolade und Chai zusammen, weil so Sorten mit Vanille und Karamell und so mag ich überhaupt gar nicht. Aber mit Schoko passt das richtig gut. Man darf sich das halt jetzt nicht so vorstellen wie Vollmi-Schokolade, sondern es ist halt wirklich einfach Kakao und ja, also ich finde es einfach lecker. Und als nächstes, ja, da hatte ich auch mal ausprobiert von Aina Tura so einen Aufstrich Hokkaido-Kürbis und finde ich jetzt persönlich ist es zu überteuert auf Dauer oder um das regelmäßig zu kaufen und als purer Aufstrich finde ich es auch nicht so lecker, aber in Kombination mit anderen Aufstrichen oder zum Beispiel mit im Salat oder im Pesto oder so drin finde ich es eine ganz coole Ergänzung. Ja, muss aber nicht sein und deswegen würde ich mir das jetzt persönlich nicht nochmal kaufen. Dann habe ich auch mal so ein paar Sachen aus dem Aldi Sortiment probiert mit den, ja, Ersatzprodukten und zwar ist da ja dieses Barbecue Saison gerade im Sommer und da gibt es zum Beispiel Grillwürste und Grillsteak und die Grillwürste muss ich sagen finde ich echt in Ordnung. Sie schmecken, also ich hatte irgendwann schon mal Würste, die mich total überzeugt haben, wo ich noch Vegetarier war, aber ich habe keine Ahnung mehr von welcher Marke die waren und dann habe ich viele Würste ausprobiert, die ich alle ziemlich scheiße fand, aber ich muss sagen, die von ja, Aldi kann man mal nehmen. ich habe die jetzt geholt als meine Mutter Geburtstag hatte und da habe ich mich durchsetzen können, dass wir tatsächlich ein rein veganes Grill Sortiment haben und dann habe ich eben diese Würstchen geholt für die ganzen Fleischfresser und die sind echt richtig gut angekommen. Also ich hatte diese richtigen Grillbratwürste und ich hatte die kleinen Wiener, die es im Sortiment da gibt und beide sind wirklich gut angekommen und ja, die haben echt so zwei, drei Bratwürste jeder gegessen und fanden sie gut. Dann hatte ich Fleischsalat vom Tofu-Tier und zwar war das mein Vegans-Einkauf und wenn ich im Vegans bin, weil ich da mal einen Gutschein habe, dann ja, probiere ich einfach mal so ganz außergewöhnliche Dinge, die ich an sich vielleicht nicht kaufen würde, so wie halt dieser Fleischsalat, weil ich denke mir halt auch, okay, man muss jetzt nicht zwingend alles veganisieren beziehungsweise man muss, also ich will auch nicht immer nur irgendwie diese Ersatzprodukte essen, aber da ich früher neben Salami auch Fleischsalat total geliebt habe und sehr oft gegessen habe, wollte ich einfach mal diesen Fleischsalat vom Tofu-Tier auch ausprobieren und ich muss zugeben, ich fand ihn echt lecker. Er war mir ein Stück zu sauer, aber ansonsten er sah aus wie Fleischsalat und doch geschmacklich kam es auch wirklich nah dran und ich habe diese 180 Gramm von Anfang bis Ende genossen. Würde ihn mir aber tatsächlich jetzt nicht regelmäßig kaufen, vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich mal wieder riesig Lust auf Fleischsalat habe, aber ja, diese Ersatzprodukte landen eigentlich nicht bei mir so auf dem täglichen Tisch, dann mache ich mir doch lieber einfach meine eigenen Gemüseaufstriche. Ebenfalls ausprobierend habe ich Fincrisp plus Rice Snacks, also Roggen Snacks. Das sind wie so Tortilla Chips in der Größe und der Form, aber aus quasi einer Art Knäckebrotsteig mit Roggen und Körnern und so. Die sind vegan und ich finde sie auch lecker. Man schmeckt den Knobloch bei dieser Sorte nicht so wirklich raus, aber man stinkt danach wie die Hölle nach Knobloch, wie ich erfahren durfte. Aber seitdem ich ja so mein eigenes Knäckebrotrezept gefunden habe, kaufe ich eigentlich so fertiges Knäckebrot. Ja, ich glaube, ich bin über die 25 Minuten gekommen, weil mein Handy einfach gerade aufgehört aufzunehmen. Ja, mal wieder ein langes Video, aber es gibt ja Leute, denen gefällt es. Ich versuche mich mal zu beeilen, um jetzt nicht mehr so lang zu machen. Also ich kaufe außerdem einfach nicht mehr viel Knäckebrotprodukte, weil selbstgemachtes Knäckebrot ist einfach mega lecker, mega knusprig und man kann sich auch aussuchen, bricht man das in so Stückchen oder macht man das als Scheiben. Ja. Aber für die, die es nicht selber backen wollen, ich finde die lecker. Ich habe die dann gedippt mit so Mehrrettich und all sowas und ja. Würde sie auf jeden Fall empfehlen. Dieser Apfelmehrrettich Streich ist aus dem Aldi. Es gibt im Aldi so Döschen mit Brotaufstrichen, die finde ich, also da habe ich mal ein, zwei Stück getestet und fand die gruselig. Deswegen würde ich da auch nichts mehr kaufen. Auch die anderen möchte ich dann gar nicht mehr ausprobieren. Aber dieser Apfelmehrrettich aus dem Glas ist wirklich super lecker. Also es ist richtig schön Mehrrettich-Geschmack, ist auch ein bisschen scharf und ich esse es sowohl gerne pur als auch zum Dippen von Gemüse als auch in Kombination mit anderen Brotaufstrichen oder dann irgendwie noch Avocado und so. Also den finde ich wirklich lecker und er ist nicht nur vegetarisch, er ist sogar vegan. Ja und in meinem Veganothek-Foodhall habt ihr ja auch gesehen, diesen Bio-Salat Indisch, den ich da gekauft habe. Und der ist so lecker, aber auch so teuer. Dieses kleine Glas kostet über drei Euro. Das ist unglaublich. Und deswegen habe ich jetzt für mich so mein eigenes Bio- Bio-Salat meinen eigenen indischen Salat kreiert oder als Aufstrich kreiert und wenn ich den jetzt demnächst nochmal machen werde, werde ich euch auf jeden Fall ein Video davon machen, damit ihr den nachmachen könnt. Machen, 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 machen. Auch ausprobiert habe ich den Veggie-Filata-Streu-Käse. Den werde ich auch nicht nochmal kaufen. Die Zutatenliste ist nicht so toll und der schmeckt auch ein bisschen komisch. Also er funktioniert super, der zerläuft und ist echt wie so Käse. Aber irgendwie ich möchte mich glaube ich nicht mit dem anfangen. Ja, was es auch immer mal im Aldi gibt, sind so Bratlingesmischungen. Zum Beispiel hier so Vollkornbratlinge, da gab es auch Dinkelbratlinge. Jetzt aktuell gab es irgendwie dann noch Falafelmischungen und so. Da müsst ihr einfach mal hinten drauf schauen. Nicht alle davon sind vegan. In manchen ist auch Milchzucker und so drin. Aber die, die vegan sind, finde ich persönlich lecker und mache sie immer dann, wenn es wirklich mal schnell gehen soll. Wenn ich keinen Bock habe, großartig was zusammen zu rühren, wenn ich unkreativ bin und so. Und meine Mutter liebt diese Bratlinge über alles. Und deswegen, also wenn man mal keinen Bock hat, selbst sich was zu überlegen, wie man Bratlinge zusammenmixt, was natürlich auch nicht schwierig ist. Aber dann finde ich es auch okay, wenn man einfach mal auf so eine Mischung zurückgreift. Die Sojadrinks aus dem Ei, die habe ich auch mal probiert. Nur bei Sojadrinks finde ich es immer unsinnig, eigentlich ein Sojaprodukt zu nehmen. Es gibt so viel Reismilch, Mandelmilch, Hafermilch. Aber da wollte ich einfach mal vor einiger Zeit den Kakaodrink ausprobieren und sowohl die normale Sojamilch als auch den Kakaodrink finde ich ganz schrecklich. Mit so einem starken Soja-Eingeschmack, ich kriege den nicht runter. Hier seht ihr mal von diesen kleinen Ausstrichen aus dem Aldi. Ich finde geschmacklich ist das einfach nur sauer und ganz komisch. Es riecht lecker, aber schmeckt für mich scheußlich. Dann habe ich auch irgendwann mal Bock auf Nutella gehabt, als ich einkaufen war und war gerade in Rewe und da gab es dieses dunkle Geheimnis von Rewe mit Zeitbitterschokolade ohne Milch also vegan ProPlanet und UT Set Certified Ich weiß aber nicht wie rein der Kakao ist, wie ungespritzt. Ich habe das Glas jetzt auch schon ein paar Monate und das ist immer noch halb voll, weil ich wirklich sehr selten Nutella esse, aber ich finde es richtig lecker und finde es kommt Nutella sehr nah und schmeckt auch nicht irgendwie so total herb, zart, bitter mäßig, sondern für mich wirklich wie so Nutella. Aber ich habe Nutella halt auch schon echt ewig nicht mehr gegessen. Ja und das war es auch tatsächlich sorry wenn es jetzt mega lang geworden ist aber dafür gab es ja auch schon richtig lang kein veganes Produkte Video mehr und sorry wenn es irgendwie die Umgebungslautstärke ein bisschen blöd ist da draußen spielen die Kinder ziemlich laut hier drüben ist Baustelle immer noch aber ich denke ihr solltet mich verstanden haben und ja wenn ich mal wieder neue Produkte teste dann versuche ich wieder dran zu denken sie zu fotografieren und euch ein Video zu machen wir sehen uns im nächsten Video viel Spaß Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020